Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen bei deinem neuen Fundamental-Check zum Wochenende von Modern Million Investing. Mein Name ist immer noch Philipp und als allererstes möchte ich dich wie immer herzlich einladen uns auf Instagram zu folgen und ich möchte mit einem kleinen Zitat beginnen. Vielleicht denkt man da mal drüber nach. Haben Sie sich je über die Leute gewundert, die 2 Dollar für ein kleines Fläschchen Evian ausgegeben haben? Dann versuchen Sie Evian rückwärts auszusprechen. Und wir schauen uns heute an und heute kannst du natürlich wie immer auch mit abstimmen, die Lebensmittelindustrie und wir betrachten Danone, General Mills, Nestlé, Kraft Heinz und Unilever. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du uns ein Abo dalassen würdest. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Danone. Und Danone ist natürlich ein französisches Unternehmen. Das ist immer sehr wichtig, wenn man überlegt, ein französisches Unternehmen zu kaufen. Du hast eine Transaktionssteuer und natürlich die Quellensteuer ist es sehr mühselig, sich dieses Unternehmen, naja, also diese Dividende wieder zurückzuholen. Wir sehen der Qualitäts-Score 8 von 15 Punkten. Wir sehen, aus 1.000 Euro 1989 investiert, wären gerade mal 2.480 Euro geworden. Und das spricht nicht wirklich für Danone. Die Durchschnitts-Performance in den letzten 10 Jahren grausam. 1,38 Prozent bei einer angenommenen Inflation von 2 Prozent pro Jahr hat man hier eigentlich nur Verluste gemacht. Der Dividenden-Score 11 von 15, die Dividende geht schön nach oben. Das schauen wir uns aber gleich natürlich nochmal genauer an. Wir schauen uns den Wachstum-Score an 2 von 15. Wir sehen, wir haben ein Umsatzwachstum von 1 Prozent. Die Stabilität ist gegeben. Das EPS-Wachstum 7,32 Prozent. Man hat ja auch noch White Wave mit übernommen. Also man hat zum Beispiel auch diese ganzen, ja, gesunden, veganen Marken mit Alpro zum Beispiel auch mit dazu. Wir haben kein hohes KUV, wir haben auch kein hohes KGV. Schauen wir uns das doch mal genauer an bei Daten and Graphs. Wir sehen aber tatsächlich hier bei der Unternehmensentwicklung, naja, es ist immer so ein leichtes Auf und Ab. Dann scheint es wieder, dass man irgendwas kauft, wieder verkauft, aussortiert, neu justiert. Das müsste aber dann auch bedeuten natürlich, dass sich die Marge positiv entwickelt hat. Das betrachten wir gleich. Wir sehen die Anzahl der Aktien auch hier. Es geht mal schön runter. Aktienrückkäufe bis 2008. Dann kam es zu einer Verwässerung bis 2012. Wieder Aktienrückkäufe 2013. Aber auch hier ging es dann wieder leicht nach oben. Und das ist etwas, was ich bei so einem reifen Unternehmen persönlich nicht mehr mag. Wir sehen die Dividende. Hier gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Es geht schön konstant nach oben. Aber der Earnings Per Share, das ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Da muss sich jeder fragen, möchte ich die im Depot haben? Die Ausstattungsquote knapp über 50%, jetzt aber auch schon im Bereich der 60%. Naja, das ist normal eigentlich bei solchen Unternehmen. Das muss man tatsächlich sagen. Es sind reife Unternehmen, es sind sehr solide Unternehmen. Aber dass die mal 120, 200, 300, 400, 500% im Jahr machen, das darf ich kein erwarten. Eigenkapital wird aufgebaut. Wir sehen auch hier das KUV und das ist eigentlich immer das Schöne. Man kann solche Unternehmen immer sehr gut anhand des KGV, anhand des KUV bewerten. Dann ist natürlich auch immer wichtig, wenn du in einzelne Aktien investierst, dann finde ich, du solltest dich auch mit dem Produkt natürlich, also wirklich auch auseinandersetzen und sagen, Mensch, in der Lebensmittelbranche, da kann ich auch so viele Produkte selber testen. Also schaue ich mir das auch an und dann entscheide ich mich auch danach und das sollte auch ein Aspekt sein, damit du gut schlafen kannst. Mensch, welches Produkt schmeckt mir denn hier eigentlich oder welches Produkt gefällt mir auch hier? Das ist ja das schöne KGV, das schauen wir uns hier nochmal ein bisschen besser an. Kommt auch tendenziell immer mal wieder runter, auch unter 20. Unter 20 ist für einen Lebensmittelkonzern sehr gut, aber dafür ist das Wachstum halt nicht wirklich schön. Wir sehen auch hier das KUV, naja, es pendelt meist so zwischen 1 und 2. Die Dividendenrendite 2,3, auch jetzt aktuell bei 3,6%, also wirklich enorm. Wir sehen, die Bruttomarge war schon mal höher mit über 50%, aktuell liegt sie bei 48%, die Ebenmarge 12% und die Gewinnmarge bei 8,2%. Danone hat eine Eigenkapitalquote von 38% und eine Fremdkapitalquote von 62%. Bei der Entwicklung sehen wir, dass man doch anscheinend sehr gut mit Fremdkapital in den letzten Jahren schon klarkommt. Also wir haben seit 2001 kein Jahr, wo wir mehr Eigenkapital als Fremdkapital in der Bilanz haben. Schauen wir uns das nochmal bei den Daten an. Wir sehen, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende und das Wachstum. Das ist solide für einen, ja, Average Grower. Der Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 6 von 10, Dividenden Adel 2 von 4, High Growth Investing 1 von 16. Wichtig ist, Danone hat nicht nur das Segment Nahrungsmittel, sie machen auch Spezialnahrung, also klinische Nahrung. Also etwas, was zum Beispiel Nestlé jetzt auch macht, aber auch Fresenius. Also sie sind hier in einem spannenden Markt mit dabei und passend dazu natürlich heute unser Zitat, sie vertreiben das Evian Wasser. Ich glaube, jeder hat jetzt schon vielleicht schmunzeln müssen. Kommen wir zum Fazit. Ich hatte Danone selber schon mal im Depot, finde aber, und das sieht man hier auch immer beim Kurs und das finde ich sehr schade, es geht nicht wirklich vorwärts. Also egal, was man versucht, ob Verkäufe, Zukäufe, Aufspaltungen, Abspaltungen, aber natürlich auch hier im Managementwechsel, der Kurs kommt nicht wirklich vom Fleck und deswegen, muss ich leider sagen, ist für mich Danone kein Investment Case mehr und ich gebe Danone eine 4, es ist ausreichend. Es ist eine solide Basis fürs Depot, aber tendenziell, glaube ich, haben wir heute hier noch coolere Unternehmen mit dabei. Schauen wir uns General Mills an und General Mills hat natürlich ein Tiernahrungsmittelkonzern Buffalo Blue mit übernommen und das ist natürlich eine schöne Fantasie, die man hier mit reinspielt und wir kennen natürlich nicht das Hagen, das Eis. Qualitätsscore, haben wir hier 10 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance ist schon mal besser als bei Danone in den letzten 10 Jahren 4,71%. Wir haben kaum Umsatzwachstum, eigentlich gar keins die letzten 5 Jahre auf sich. Dafür ist das EPS-Wachstum aber schon enorm, 12,19%. Die Eigenkapitalrendite ist hoch, die Volatilität, naja, das geht auch schon mal gut, rauf und runter hier. Ich bin auf die Bewertung gespannt, aber es geht KGV, KUV, Dividendenrendite, das sieht doch ganz gut aus. Aber auch hier, 1980, 1.000 Dollar investiert, daraus werden gewonnen, 2.529 Dollar, das ist nicht wirklich viel. Der Dividendenscore ist 12 von 15, der gleitende Durchschnitt, also im Schnitt sehen wir so bei einer 3,11% Dividendenrendite. Das Unternehmen steigert seit mehr als 25 Jahren die Dividende, das ist natürlich auch wichtig. Wir haben ja einen Dividenden-Aristokraten, aber der Wachstumscore auch hier 7 von 15 Punkten. Schauen wir uns jetzt mal Daten & Graphs an und hier ist nochmal wichtig, auch natürlich das zu sehen. Also es geht kontinuierlich nach oben. Wir sehen die Unternehmensentwicklung, es gibt auf, ab und jetzt hat man dann auch wieder Verkäufe getätigt, die Umsätze gehen zurück. Jetzt hat man wieder eine neue Marke dazu gekauft, die Umsätze stagnieren. Aber auch hier, finde ich, ist wenig Wachstum und das sehen wir auch hier. Das KGV kommt immer weiter runter, Earnings per Share geht natürlich hoch, liegt aber viel auch daran, dass man hier mit Aktienrückkäufen arbeitet. Earnings per Share geht tendenziell aber doch langfristig hoch, also das gefällt mir schon besser als bei Danone. Wir sehen auch hier das KUV, es hält sich meist so in der Range zwischen 1,8 und 2,3. Wir sehen die Eigenkapitalkote 27%, Fremdkapitalkote 73%. Wie hat sich das entwickelt? Auch hier, ja, General Mills ist seit 2001 eigentlich nur noch mit mehr Fremd- als Eigenkapital unterwegs. Wir sehen auch hier die Profitabilität, die Bruttomarge aktuell bei 34% angekommen für das Geschäftsjahr 2020. Wir sehen eine EBIT-Marge von 17% und eine Gewinnmarge von 12,37%. Also auch hier besser als bei Danone. Analysten rechnen, ja, mit sinkenden Umsätzen und das ist natürlich jetzt auch wieder ein negativer Punkt und deswegen ist das KGV auch hier soweit schon runtergekommen. Der Earnings per Share soll trotzdem steigen, also man sieht, man trimmt das Unternehmen hier mehr auf Effizienz, vermutlich auch Aktienrückkäufe, um den Gewinn ihrer Aktie zu steigern bei sinkenden Umsätzen. Der Petrovski F-Score, hervorragende 9 von 9 Punkte, alle Aktienqualitätsscore 5 von 10, Dividendenadel 3 von 4, High Growth Investing 4 von 16. Also wir erleben hier natürlich diese ganzen Synergien. Ich finde, der Bereich Lebensmittel oder Tiernahrung ist natürlich auch sehr spannend. Fazit, General Mills, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich kein Investment Case, aber ich finde es trotzdem ein bisschen besser als Danone und deswegen gebe ich General Mills eine Schulnote 3. Als nächstes kommen wir zu Nestlé und hier gibt es eine hervorragende Analyse von Peter bei uns auf der Webseite. Und was sehen wir hier? Oh mein Gott, die Umsätze gehen auch zurück, aber die Gewinne, sie stagnieren. Und das ist natürlich ziemlich gut, das heißt, man ist ja auch wieder voll in der Transformation und die Durchschnittsperformance ist hier schon mal ein bisschen besser, 7,2% in den letzten 10 Jahren. 1995 1.000 Schweizer Franken investiert, hätte man schon fast verzehnfacht auf 9.914 Schweizer Franken. Wir sehen Umsatzwachstum eher rückläufig, aber das liegt auch daran, dass der Herr Schneider, der CEO, hier viel optimiert verkauft, kauft, optimiert, trennt und natürlich auch auf Effizienz trimpt. EPS-Wachstum, das ist das, was dabei rauskommt, 8,2% im Schnitt. Dividendenscore 12 von 15 Punkten, Wachstumscore 4 von 15. Nestlé ist ja auch viel mehr als nur KitKat oder Maggi. Also wir haben ja auch zum Beispiel Vitellwasser mit dabei. Weil natürlich ethisch immer sehr fragwürdig der Nestlé-Konzern oder was heißt, aber das müssen natürlich Investoren selber entscheiden, bevor sie investieren. Was gefällt mir sehr gut? Der Shareholder-Value, die Aktien gehen runter, man kauft und verkauft viel. Wenn hier die Synergie-Effekte immer mehr und mehr angehoben werden, dann dürfte es hier auch zu einem wahren Wachstum beim Earnings per Share kommen und das ist auch das, womit die Analysten hier schon rechnen. Aber wie gesagt, ich würde mir hier einfach Peter seine Analyse nochmal anschauen. Wir sehen auch hier die Bewertung, jetzt schon relativ hoch mit 3,6 vom KUV, also deutlich mehr als Danone, deutlich mehr als General Mills. KGV ist auch höher, über 20 ist der Markt bereit, zu bezahlen, das KUV steigt. Aber das ist natürlich auch ein Sinnbild dafür, dass der Markt viel mehr an Nestlé glaubt, als zum Beispiel an General Mills. Wir sehen die Eigenkapitalquote 37%, Fremdkapitalquote 63%, aber wir sehen hier, dass es schon mal Zeiten gab, wo Nestlé mehr Eigen als Fremdkapital hatte. Das ist tendenziell nicht schlecht. Wir sehen auch hier die Transformation bei der Marge. Sie wird erstmal abgebaut, aber jetzt ist sie eigentlich konstant auf diesem Niveau und das bedeutet knapp Bruttomarge 50%, EBIT-Marge 17,6% und Gewinnmarge 14,44%. Gefällt mir doch sehr, sehr gut. Was sagen Analysten? Analysten rechnen und das sehen wir hier mit deutlich mehr Umsatz. Der Gewinn soll auch steigen, der Earnings per Share und auch die Dividende und die Profitabilität, also der Petrovski F-Score 7 von 9 möglichen Punkten, alle Aktienqualitätsscore 5 von 10, Dividenden Adel sogar 4 von 4 und wir sehen hier diese Schere, das ist schon enorm. High Growth Investing 0 von 16. Fazit. Wenn man jetzt keine moralischen Bedenken hat, was Nestlé angeht, glaube ich, haben wir hier ein gutes Unternehmen und deswegen gibt es von mir, von Nestlé, oder für Nestlé auch eine 2. Als nächstes kommen wir zu Kraft Heinz und hier ist ja Warren Buffett auch stark mit investiert, aber nicht jedes Investment muss auch immer so aufgehen. Wir sehen das hier beim Qualitätsscore 8 von 15 Punkten, Kraft Heinz kommt nicht vom Fleck. Man hat ja versucht mal vor Jahren Unilever zu übernehmen und wenn das geklappt hätte, wäre das natürlich enorm bombastisch gewesen, aber dank dieser versuchten Übernahme hat Unilever wirklich ein Turnaround hingelegt und trimmt sich so stark auf Effizienz, da kann man nur den Hut vorziehen. Wir sehen die Durchschnittsperformance der letzten 6 Jahre, Kraft Heinz minus 8,37% im Schnitt pro Jahr, 2015 1.000 Dollar investiert, daraus werden gewonnen 998 Dollar. Der Dividenden-Score 10 von 15, auch hier gab es Dividenden-Kürzungen, also auch das ist wieder für mich eine Red Flag bei so einem reifen Unternehmen. 7 von 15 auch beim Wachstumsscore. Wir sehen hier die Umsätze, natürlich die Leute sind erstmal zu Hause geblieben, haben gehamstert und da ist natürlich sind auch so Kraft Heinz Beans zum Beispiel sehr, sehr gut, aber der Umsatz geht tendenziell eher zurück. Die Anzahl der Aktien geht auch etwas zurück, aber nicht sehr viel. Dividende, wir hatten es schon gesagt, wurde dann gekürzt und soll jetzt langsam wieder angerufen werden. Earnings per Share, was ist das für eine Achterbahnfahrt, auch hier mit Schlaglöchern. Also das gefällt mir überhaupt nicht, die Ausschüttungsquote lag ja schon mal bei fast 100%, deswegen hat man sie dann auch wieder runtergenommen, aber jetzt sind wir trotzdem wieder bei 60. Das KUV kommt extremst runter, 1,9. Auch hier das KGV geht jetzt langsam wieder hoch, aber warum geht das so hoch? Weil man davon ausgeht, dass hier natürlich weniger Earnings per Share geschrieben wird. Eigenkapitalquote 51%, Fremdkapitalquote 49% die Entwicklung. Wir sehen hier, das hält sich immer so die Waage, 50-50, wahrscheinlich weiß man nicht wirklich, was man damit machen soll. Auch das gefällt mir nicht gut. Wir sehen auch die Profitabilität, Bruttomarge 35%, 9,69%, auch eine EBIT-Marge und eine Gewinnmarge von 1,36%. Schauen wir uns mal die Aussichten an. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz weiterhin rückläufig ist. Der Earnings per Share soll stagnieren, die Dividende wieder angehoben werden. Das zeigt natürlich dann auch wieder, wenn die Analysten recht haben, dass das Unternehmen keine wirklichen Ideen hat, wie das hier wirklich alles weitergehen soll. Gefällt mir nicht so gut, würde ich von Abstand nehmen. 7 von 9 möglichen Punkten, der Petrovski F-Score, alle Aktien Qualitätsscore, 4 von 10, Dividendenadel, einer von 4, High Growth Investing, 5 von 16. Und so kommen auch schon zu meiner Meinung, Kraft Heinz ist für mich ein Unternehmen, ja, Fort, Finger davon lassen. Da gibt es deutlich besser diversifizierte Unternehmen und deswegen gibt es von mir auch hier heute ungenügend Schulnote 5 für Kraft Heinz. Als letztes kommen wir zu einem Unternehmen, was ich immer regelmäßig mal im Depot habe, wenn das dann wieder gut gelaufen ist, ein paar Prozent. Und wir schauen uns jetzt als letztes Unilever an. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. So helft ihr Marcel und mir enorm. Hört auch gerne nochmal in den Aktien-Podcast rein. Dieser kam ja am Freitag raus. Unilever PLC, 9 von 15 Punkten, Durchschnitts-Performance in den letzten 9 Jahren, wir sehen es hier, 8%. Und was mir bei Unilever sehr gut gefällt, ist die breite Aufstellung. Wir haben Nahrung, wir haben Getränke und wir haben auch Konsumgüter, zum Beispiel Arx, Darf. Dann haben wir natürlich auch noch Knorr-Tütensuppen, also Unilever ist auch an Lippen mit beteiligt. Das ist schon enorm. Natürlich auch hier 2012 1.000 Euro investiert, aber es hätte sich trotzdem innerhalb von 10 Jahren fast, nee, hätte es sich sogar verdoppelt. Und das ist enorm. Die Schere geht auch wieder auseinander bei der Dividende. Der Dividendenscore 10 von 15 Punkten, die Dividenden-Kontinuität besteht seit 5 Jahren. Wachstumscore 3 von 15 Punkten, aber es ist auch klar, wir haben hier keine Wachstumsunternehmen. Aber auch hier stagniert der Umsatz, liegt auch wieder daran, Zukäufe, Verkäufe, Abspaltung, Aufspaltung. Hier werden einige operative Geschäftssachen, also werden Tätigkeiten, werden auch verkauft. Man munkelt ja sogar, dass man das T-Business jetzt verkaufen möchte. Wir sehen auch hier, Umsatz ist gegen hoch, aber dann wieder runter und jetzt soll das wieder zulegen. Was mir sehr gut gefällt, die Anzahl der Aktien, sie sinkt. Die Dividende, sie legt zu. Earnings per Share geht auch tendenziell in die richtige Richtung. Die Ausstüttungsquote, naja, 70% ist schon sehr viel, zeigt auch einen sehr hohen Reifegrad. Wir sehen auch hier das KUV wieder, 2,4 KGV, also auch über 20. Profitabilität, wir sehen es hier aktuell, das ist schon eine sehr, sehr robuste operative Marge. Auch die EBIT-Marge und die Gewinnmarge ist sehr gut. Eigenkapitalquote 23%, Fremdkapitalquote 77%. Aber es scheint, dass Unilever auch hier sehr gut mit ihrem Fremdkapital klarkommen. Schauen wir uns das nochmal weiter an. Wir sehen auch hier, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, steigendem Earnings per Share, steigende Dividende. Aber so eine rückläufige Dividende für 2023, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Der Betroffs-GF-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktien-Qualitäts-Score 6 von 10. Dividenden alle 2 von 4. High Growth Investing 5 von 16. So, jetzt wollten wir ja nochmal erstmal Fazit. Ich finde, Unilever ist ein gutes Unternehmen. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Unilever, Mensch, das ist ein Basis-Investment für mein Depot. Tendenziell möchte ich Unilever auch bald wieder in mein Depot kaufen, wenn der Preis stimmt. Und dazu muss aber, und das sehen wir auch hier eigentlich, glaube ich, ganz gut, das KGV definitiv nochmal ein bisschen runterkommen. Also, es gibt mal Momente, da kriegt man auch ein Unilever für ein KGV von unter 20. Ich finde, es ist ein gutes Unternehmen und deswegen stimme ich auch für die Schulnote 2. Jetzt analysieren wir nochmal, wir haben hier, die EBIT-Marge ist uns ja wichtig, 17%. Kraft Heinz hat eine EBIT-Marge von 9%, also schlechter. Nestlé liegt auch bei 17,6. Unilever 17,17, also Nestlé ist ein bisschen besser. 17,43 ist General Mills, hat aber dafür keine so hohe Bruttomarge. Danone ist bei 12,05. Also, vom Profitabilitäts-Ranking Nestlé ganz klar vorne, 17,6. General Mills 17,43 auf Platz 2. Platz Nummer 3, Unilever 17,17. Danone, auch dabei 12,05 und als letztes Kraft Heinz. Also, Kraft Heinz würde ich schon mal raus. General Mills muss man natürlich gucken, sich nochmal Investoren-Calls anschauen, auch nochmal überlegen, Mensch, ist das vielleicht was für mich? Sie sind noch gar nicht so groß im Ausland, also außerhalb den USA vertreten, muss man auch tendenziell sagen. Was mir bei Unilever natürlich sehr gut gefällt ist, man hat die Emerging Markets, mehr als die Hälfte der Umsätze in den USA, mehr als die Hälfte der Umsätze von Unilever wird außerhalb Europas in den Emerging Markets erzielt. Das gefällt mir doch sehr gut, das sind ja aufstrebende Märkte. Na klar, man hat hier mal Währungsrisiken, das ist natürlich auch sehr wichtig. Teilweise müssen sie auch hatchen, aber wenn das geschafft ist, finde ich persönlich, ist Unilever hier das erfolgreichste, das aussichten, vielleicht nicht das erfolgreichste, aber das aussichtsreichste Unternehmen. Es hat noch diesen guten Touch, wer kennt nicht Ben & Jerry's Eyes, die wollen ja auch immer die Welt besser machen und das mit Eis. Also, es gefällt mir doch sehr, sehr gut. Es ist einfach ein tolles Unternehmen und das ist eigentlich auch so mein Schlusswort. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt abstimmen würdest. Ich würde mich freuen, wenn du uns auf Facebook und natürlich auch auf Instagram folgen würdest. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao.